So, als strikter Backing-Track-A-Geek, na, probiere ich mich jetzt mal an Backing-Quest. Mal sehen. Eigentlich ist das ganz interessant, aber naja, probieren wir es mal. Gucken, wenn wir uns das rausschneiden. Ich weiß noch nicht, wie der Ton jetzt kommt in diesen zwei Sachen. Ich weiß noch nicht, wie der Ton jetzt kommt. Ich weiß noch nicht, wie der Ton jetzt kommt. Ich weiß noch nicht, wie der Ton jetzt kommt. Ich weiß noch nicht, wie der Ton jetzt kommt. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.